Phreps hatte irgendwie grosse Probleme mit diesem Spiel. Zuerst wollte es gar nicht aufnehmen, dann nur schwarz. Und jetzt so ruckelhaft... Keine Ahnung. Jetzt überall Autos. Ich habe doch ein Boot gesehen irgendwo. Da ist das Boot. Nehmen wir doch das Boot. Yeah, das hat auch... Aber wir schießen jetzt nicht auch noch. Jetzt ist auch das kaputt. Hm, was ist denn das da? Gehen wir mal dorthin. Oh, und die Berge will ich ja auch mal. Gibt also richtig viel geiles Zeug zum Erkunden. Bin sehr gespannt, wie das Spiel so ist. Boah, ist die schnell. Das macht jetzt nichts, oder? Das war der Panzer irgendwie verbuggt. Die sieht man immer noch. Cool. Man kann Rays machen, gucken. Ist da ein Fischboot. Ich gehe jetzt mal... Ich gehe jetzt mal... ...in zu... ...der Chemie und... Sieht irgendwie aus wie eine Raffinerie. Wo man Tiberium herstellt. Das ist so weit. Man... Man meint es ist nah, aber es ist extrem weit. Ein anderer... ...startding. Nicht hier... ...an der Klippe. Und lang gehen. Irgendwo... Nah, hier ist gut. So. Bremsen. Mh. Es gibt sogar Korallen hier. Nicht schlecht. So. Fühlt sich ein bisschen... ...unheimlich an hier. Mh. Blödes Raps. Er stört mich bei der Aufnahme. Das geht mal gar nicht. Ich kaufe mir jetzt dann bald eine neue Grafikkarte. Und dann... ...benutze ich NVIDIA Power... ... oder irgendwie so. Shadowplay, glaube ich. Das sollte extrem gut sein. Kostet auch nichts. Gibt's hier irgendwo eine Minigun? Ich brauche eine Minigun. Ich brauche eine Minigun. Ähm. Ich will keine schlechte Kamera bitte. Kann das auch irgendwas? Nein. Dieses Auto kann nichts. Irgendwo muss doch eine Minigun sein. Nein. Minigun. Ich will alles zerstören. ... 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 Wie kommt man vorwärts, einfach mit WEH... ... oder nicht schneller vorwärts? Das ist einfach ein langsamer Helikopter. Ähh. Ich komm nicht runter. Was, nur 11%? Geht mir gar nicht. Mann, ich will nicht aufsteigen. Ja, toll. Plim, plim. Was retten die? Ja, einfach mal durch die, durch die das Rohr durch. Ja, jetzt sieht es schon viel besser hier aus. Nicht mehr so Schandflecken. Ja, genau. Kann irgendwie rollen. Brennen kann wenigstens. Ja. So. Da gibt es sicher irgendwo nach noch. Springen. Ah. Tapistrollen. Okay. Ups. Aber jetzt ist es mal langsam. Machen wir wieder vorwärts. Wir müssen diese Insel erkunden. Okay. Nehmen wir diesen Schieb da. Oh, ne Flock. Flock. Man kann irgendwie Granaten schießen. Habe ich keine Granaten. Okay. Ähm. Was war das? Kurzschluss. Wild Forced Frick 2. Okay. Oh, der hat aber eine schlechte Stelle. Der hat eine schlechte Stelle. Oh Gott. Kein Halt. Kein... Gar nichts. Es gibt irgendwo eine große Stadt. Da will ich mal hin. Hier gibt es leider nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich habe Fraps ganz neu installiert, neu upgedatet, alles mögliche. Und Fraps macht immer noch Probleme. Was ist denn los? Juhu. Gut geparkt. Richtig gut geparkt. So. Wir gehen jetzt. Ja, wir fliegen. Wir fliegen doch. Ein bisschen schneller. Okay, das ist Stream. Ja, jetzt. Mann, ich will nicht immer raus. Ja, toll. Ich will doch nicht immer raussteigen. Wieso kann das nicht auch auf E sein? Bisschen lecky. Sorry. Fraps. Hallo? Jetzt geht doch wieder hoch. FPS-Zahl. 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 So, ähm, wir schauen. Die Stadt ist dort. Okay. Das dachte ich mir. Schneller bitte. Ähm... Fraps, hallo. Fraps...